Hey, hat hier jemand Bock auf Boralens 2? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Borderlands 2. Natürlich mit dabei der Sephiron, der Kavalierpirat und natürlich Ralfinger LP. Ja, zuletzt waren wir hier vorne an dieser komischen Basis stehen geblieben und wollten eine Nebenmission jetzt abschließen. Aber da ist ja unsere Zeit ausgegangen. Von daher werden wir jetzt einfach mal rein stürmen und die Kacke haben verliehen lassen. So. Stürmen. Manieren? Was sind denn Manieren? Manieren? Habt ihr ein paar Mal Spendernieren? Oh, oh. Ja, genau. Greif mich an. Oh, ja. Oh, so, so. Na, na? Bang-Gun-Man-Style. Oh, 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 oh. Bang-Gun-Style. Äh, sexy Lady. Ich hab irgendwas benutzt, aber ich weiß nicht was. Klopapier war es auf jeden Fall nicht. Alter, wie geht denn dein Geschütz ab? Hehehehe, Raketenwerfer. So, Double Shotgun, Baby. Hehehehe. Hehehehe. So, wo haben wir noch? Wo haben wir noch? Wo haben wir noch? Ja, doch mal. Oh. Au. Hi. Fetty. Ja. Tota Fetty. Tota Fetty ohne Kopf. Tota Fetty mit Kopf. Aufgerissener Zunge. Was zur Hölle? Was ist das denn? Tota Fetty mit Kopf. Oh, hier ist schon wieder so ein Ding. Oh, ey, Fickzeug. 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 Wieder oben ist schon wieder dieser Sniper-Typ. Au, au, au. Sniper-Typ. Weißt du was? Ich weiße. Nur nochmal hier wieder ein bisschen aufrollen. Au. Jokes. Danke. Bin am Start. Captain, kam mal nicht Pirat. Nein. Bum, 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 bum. So geht das, Leute. Na, 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 na. Ey, mein Geschütz ist jetzt so fast in einer Mann-Armee. Das ist doch nicht mehr normal. Alter, wie schön von hinten. Oh, 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 oh. Was ist mit ich kann dich nicht aufhalten? Oder du kannst mich nicht aufhalten? Was ist mit dem Granaten-Tor? Ey, was? Ähm. Warum? Ähm. Jokes, hinter euch. Dankeschön. Au, au, au. Au, au. Ah! Da oben, da oben. Arsch. Scheiß Gebäude, ey. Reinsammeln immer ganz wichtig. Ähm. Ah, hier. Badass Loliath. Waffe. Alter. Wo? Ja. Ich will seine Waffe haben. Jetzt. Sofort. Scheiße. Bye, bye, badass Goliath. Die. Was für eine Waffe. Ach, er hatte nur mal einen oberfetten Waffen. Ist das ein Minigun oder ein Raketenwerfer? Ich konnte es nicht ganz unterscheiden. Aus beides. Mini-Raketenwerfer. Ja. Irgendwo fliegt noch so ein... Ja, ja, hier oben. Was ist denn hier unten noch? Hallo Jungs. Aua. 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 Das kommt davon, wenn man ausrutscht. Nein, nein. Hätte das Fass weggeschossen. So. Vielen Dank. Aua. Du, deswegen ist denn jemand, der sich bedankt. Nein. Geh auch noch mal rauf, du Fratze. Ey, wie der einfach mal nicht ins Triff. Sag mal. Mal zur Hölle. Jetzt reicht's mal. Aua. Verdammt. Ich glaube, ich hab das geschützt ganz böse. Ja. Geht doch. Nichts oder zufert. Wen... Aha. Hast du das geschafft? T-t-t-t. Okay. Das war ein ganz komisches Geräusch. Sag mal, komm hier noch mehr, ey! Ja, mal alter. Die Copter, die geh'n ja auch ab den Nerds. Ja, ja, ja. Die, die scheiß Copter hier. Ich habe die Rakete geschnappt. Ich habe die Rakete. Ich habe das Gerumb-Dings gefunden. Ja, ich habe auch schon eins gefunden. Also müssten wir jetzt beide haben. Boah. Ich weiß ja noch so viele Gegenteils. So, ich will jetzt hier mal in so einen Kopf da ran. Komm mal her, du. Ja, ich auch. Samir, konnte ruhig mal helfen. Wo bist du? Oh, du bist ja. Geht schon. Die kannst du aber auch nicht mit dem Stase-Ding festhalten, oder? Das wäre geil, wenn man die auch ausschmeißen könnte. Kann man ja. Man kann den Zara da wegfetzen. Kann man den Heli kapern? Es wäre natürlich richtig geil, ne? Hier so nach meinem Battlefield Heli-Let's Play. Ja. Diese alte Schleichwerbung. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist doch nicht wahr. Lass mir den einen Kopf da. Lass mir den. Oh Gott. Was ist denn überhaupt? Wie er hinten oben. Was zur Hölle ist geschehen? Ähm. Verbindung verloren. Okay. Schnell, Zephyron. Springen. Ralfe. Egal. Danke. Ähm. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich glaube, wir haben einen Kämpfer verloren. Ja, ich glaube es auch. Ähm. Aber nicht an die Feinde. Na gut. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Ihr habt jetzt das wunderschöne Menü von Borderlands gesehen. Das ist ja auch meinen Anblick wert. Alter, diese Heli-Furzis, ey. Die gehen wir jetzt so auf den Fiss. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Spiel. Und äh. Hauen wir mal wieder richtig auf die Kacke. Nico, denn wir brauchen dich. Komm zurück. Bitt dabei. Los, Raketenwerfer. Ja, los, Raketenwerfer. Er hat getroffen. Sehr schön. Da ist jemand rausgeflogen. Übrigens, äh. Alter. Sef. Oh. Ich versuch grad die ganze Zeit an deinem Geschütz vorbeizukommen. Ralf, der... Ja, der ist. Achso. Aber wie viele sind es denn hier? Hey, wo der... Boah. Der... Zwei, vier, fünf. Fünf Helis, ey. Ich würd mal schätzen, das sind Andi acht. What? Ich schätze mal hier. Sef. Was? Göttische Schaden. Drauf, 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 drauf. Wau, 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 wau. Wau, 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 wau. Nee, kann man nicht, kann man nicht entern. Oh, ist das krankig. Hey, wie's abgeht. Aua. Ich komme. Battlefield, COD, pff. Wau, 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 wau. Wau, 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 wau. Karne, Karne. Nein. Der hat einen Rettungsversuch geschoben. Sehr schön. Ich hole dich schon, ich hole dich. Da hatten wir uns, glaube ich, hier so einer ganzen Wande. Tja, war ein Scherz übrigens, ne. Leute, nicht abnäppeln, ich komme. Verdammt, verdammt. Der hat sich mal einen Kavalierpiraten, der baut sich, der hat sich da dringend gemacht. So, und der geht jetzt mal in Deckung. Dankeschön. Ein bisschen, ein bisschen aufladen. Danke, danke. Da, schon wieder. So, und jetzt hole ich mal wieder mein Geschütz raus. Los, Raketenwerfer. Wo schießt du hin? Ah, genau. Da hin. Jawoll. Schieß die Raketen, äh, Raketen dort, wo sie nicht treffen. So ist es. Gib dem Bär des Kopf da mal einen Kopfschuss. Ganz ehrlich. Feuermunition ist gegen die überhaupt nicht. Meine Munition ist noch super. Wow. Schieß die dir, ey. Mein Geschütz. Wo war denn? Ach, komm. Nimm mal ne Sniper. Oho. Schon wieder einer weg. Ja, dann muss man fast ne Sniper nehmen alle. Was? Dann muss man dann fast. Ich hab ja nur noch 8 Leben, Leute. Bist du Miepze-Kast oder was? Yeah. Erwischt. Da kommt wer los. Du müsst da die Triebwerke getreffen, dann explodieren die. Genau so. Ey, da hinten liegt einfach so ein Ding ohne Fahrer, ohne alles. Ich hab da die ganzen Gegner rausgeballert. Das muss ich mir jetzt mal genauer ansehen. Das muss ich mir jetzt mal genauer ansehen. Da ist noch einer drin. Ja, genau. Genau, da ist noch einer. Ich versuche mal rauszubomben. Warte. 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 Ich seh. Oh. Ja. Das war's hier, Heliwechser. So, jetzt haben wir mal die Bude aufgeräumt vom Dreck. Erstmal die Bude lecken, oder Mädels und Jungs? Ja. Wow. Warte. Alter Schwede, da hab ich hier viel Zeit gesammelt. Ja. Da schmelzt die Suppe. Eins von euch muss werden. Ich hab hier ein ganzer Mod, aber der bringt dir wahrscheinlich auch nicht viel. Was denn? Ähm hier, Teamkugel Regeneration plus 0,9. Oh doch, weil ich 0,6 im Moment hab. Hab ich da runtergeschmissen. Scheiße, ist ein bisschen weit weg geflogen. Liegt hier unten. Hier. Wo? Oh da. Ja, geil. Voll. Moment. Mal irgendwas rauswerfen hier. Ja, den alten Mod einfach. Hier gibt's nichts. So, ich würde sagen, wir geben der kleinen 13-Jährigen ihr Kabumdibums zurück und dann entern wir so einen Zug. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich wollte, ich weiß nicht warum, aber in meinen Gedanken lief die ganze Zeit das Wort Schiff. Also Schiffkörpern. Nein! Warum nur? Ja, du kannst ja eine Klassenmod nicht aufnehmen. Du kannst Pirat spielen. Ach so, weil ich hier so eine Scheiße aufgesammelt hab. Gibt's hier was zu looten, Leute? Ne Menge gab es jedenfalls. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier oben irgendwo auf den Häusern noch etwas? Oh. Ach so, das ist meine Waffe. Verdammt. Warum höre ich hier immer noch komische Gegner? Gegner? Naja, wenn du auf der Map guckst, wirst du sie auf jeden Fall nicht hören, äh sehen. Nicht hören. Oh. Doch, in der Luft ist noch was. Ja, da kommt einer. Ein Heli. Ja, ihr schafft den gerade, ne? Genau, genau den habe ich gehört. Oh, Mann. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, zwei. Zwei. Scheiße, schon wieder zwei. Wollen wir abhauen, oder? Ey, wir machen hier alles platt und ich sammle hier einfach. Ja, hier sind Schienen in der Nähe, ich habe Angst. Wo sind sie denn? Die Säcke. Ja, hier. Hey, bleib mal stehen, du kleiner Sack, ey. Ja, macht er doch. Wow. Okay, lag? Ja. Bei mir auch. Ja, Ralfe. Ja, du meckerl nicht über meine Leitung hier. Da tut er sich eine 100 MB Leitung her. Ich muss eine 100 MB Leitung her. Nur weil ich wieder Pornos runterladet, weil Juto rennt. Entschuldigung. Hochladet, meinst du? So als Maya? Nein, beides. Das rendiert doch bestimmt ganz gut. Ich bin sicher, er macht jetzt beides, da er es kann. Ralf hat im Moment keine Unterhose an und hat die Webcam unter den Tisch. Ach so, er macht einen Livestream. Ja. Das ist so geil, wie das ganze Blut da rein sammert. Ja. Scheiße. Ja. Dann kannst du das für die Gegner. Ja. Oh, ja. Ah. Diese scheiß Viecher. Ach so, die scheiß Viecher. Na ja. Mach mal das. Na, na. Ein ausgewachsener Wacht. Nicht. Willst du mich verarschen? Ja. Wie aus. Schon wieder fast ein halbes Level ab, ey. Das ist doch nicht wahr. Okay. Da wollen wir uns mal weiter nach vorne be... Dort liegt was. Ja. Dort liegt was. Ne. Schatten. War ein Scherz. Hehehe. Da hat eine lila Waffe eingesetzt. Ne, ne. Da lag nichts. War ein Scherz. Halt auf, Nicodem. Halt auf. Halt auf. Ja, ganz kurz. Hier rechts war da so eine Höhle mit so Strom drin. Wollen wir da nicht mal reingucken? Oder was? Wo liegt denn da Strom rum? Ja, hier liegt Strom rum. Komm mal ein Stück zurück. Da steht Strom. Ja, ja. Da war ich schon drin. Da gibt's nichts. Ach so. Du warst doch schon mal alle. Ja, alles klar. Ja. Wer sollte auch nicht drin gewesen sein? Ja, genau. Sef. Ja, da kommst du nicht rein. Ich bin genau so weit gekommen wie Ralf. Vielleicht gibt's ja auch noch... Au, 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 au. Ich habe sie gehört. Ach so, das ist die Höhle. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt Crash abgeben, oder? Ich würde mal sagen, wir sammeln uns kurz und müssen mal kurz Päuschen einlegen. Oh, ha. Schon soweit schon wieder. Ja, schon wieder soweit. Na ja, in die Frisse. Immer diese Päuschen, ne. Wir werden alte. Ich merke schon. Der Ralf will immer Päuschen machen. Ja, ich hab's auch nötig. Ich muss mir schminken, Spiegel, Kajal nachziehen und so'n Scheiß. Ach, schminken. Genau. Okay. Ich bin noch mitten im Kampf. Danke. Na. Na, na. Hallo. Ach. So. Ja. Natürlich. Um mich herum Gegner. Und wofür interessiere ich mich? Für Tücher in der Nähe. So, jetzt aber. Jetzt hat's geschafft. Und wir stehen auf dem Haufen. Und wofür interessiert sich Sephoron? Für die große weite Welt. Ja. Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aus. 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 Aus.